Heute präsentieren wir Ihnen unseren Standort in Tälfte. Hier befindet sich der Hauptsitz des Unternehmens und ein großer Produktionsstandort für Fensterbeschläge. Wie Sie wissen, ist die Qualität unserer Produkte für uns sehr, sehr wichtig. Wir befinden uns hier am Prüfstand, wo wir die Dauerlaufeigenschaften unserer Produkte überprüfen. Eine Prüfung besteht aus 15.000 Drehkipp und 5.000 Drehzyklen. Wir sind hier im Technologie Center am Prüfstand für Einbruchhemmung. Hier prüfen wir Fensterelemente auf Ihre RC-Tauglichkeit. Unsere Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020